Ich habe halt das Gefühl, gar nicht beachtet zu werden, aber ich könnte mir vorstellen, dass es einfach durch Unsicherheit so ist. Mit mir entsteht gar kein Blickkontakt irgendwie. Also ich habe halt zuerst versucht, mir andere Ziele zu setzen, also die Perspektive nicht mehr auf den Sport zu setzen, sondern mich halt umzuorientieren und zu gucken, was ich in der Zukunft machen möchte und nebenbei versuchen, am Leben teilzunehmen und ja, Spaß daran zu haben. Ich möchte nach dem Bachelor auf jeden Fall noch den Master machen und möchte dann in Richtung Sport gehen und am besten Leistungssportler betreuen.